Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute reden wir über den nächsten Rapper, der sich um die Ereignisse rund um den Echo 2018 äußert. Der vermeidliche Skandal um die Echo-Verleihung an Kollegah und Farid Bang sorgt weiterhin für Aufregung in der deutschen Gesellschaft. Nachdem sich inzwischen eine Vielzahl deutscher Rapper positiv zu Kollegah ausgesprochen hat, übt nun einer der ersten Musiker auch Kritik an dem Düsseldorfer und kritisiert nicht nur Antisemitismus im Deutschrap, er will sich sogar aus der Szene zurückziehen. Ben Salomo ist seit mehr als 20 Jahren als Rapper aktiv und hat sich insbesondere in den letzten Jahren einen Namen als Moderator und Veranstalter der Battlecypher Rap am Mittwoch einen Namen gemacht, bei der Beleidigungen in Form von Punchlines an der Tagesliste stehen. Der Berliner ging stets offen damit um, dass er Jude ist und steckte dafür auch schon mal die ein oder andere Punchline ein. Alles mit Augenzwinkern natürlich. Nun erklärt er jedoch, dass die Judenlines nicht immer scherzhaft gemeint sind. So schwicht er darüber, hinter der Bühne bereits mehrfach für seine Religion angegriffen worden zu sein und kritisiert Kollegah dafür, diese Geisteshaltung auch unterschwellig bei seinen Fans zu verbreiten. Ob er wirklich ein Antisemit ist, möchte ich nicht beurteilen, weil ich ihn nicht persönlich kenne. Aber er ist jemand, der anscheinend an viele antisemitische Verschwörungstheorien glaubt, die seine innere Einstellung einfärben. Er reiht sich damit ein in eine Bewegung, die Israel als Existenzrecht abstreitet. Das ist antisemitisch. Zudem kündigt er quasi offiziell an, sich nicht nur vom deutschen Rap, sondern auch aus Deutschland entfernen zu wollen. Der 41-Jährige ist inzwischen kein Teil mehr der Rapper Mittwoch-Führungstheorien und gab schon zuvor zu verstehen, dass er wohl nach Israel auswandern wolle. Ich ziehe mich in diesem Jahr aus der deutschen Rapszene zurück. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, ich fühle mich als Jude in der deutschen Rapszene nicht mehr wohl. Aber es geschieht auch insgesamt zu wenig gegen Antisemitismus in diesem Land. Das macht mich betroffen. Gefühlt sitze ich deshalb auf gepackten Koffern in Deutschland. Was meint ihr zu den Äußerungen von Ben Salomo? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Rap-Tastisch.